Musik Patrick, wir haben uns eben gegenseitig gratuliert, weil wir festgestellt haben, dass wir am selben Tag Geburtstag hatten. Es ist noch nicht so lange her, aber müssen wir wieder ein Jahr erwarten. Du weißt ja, es geht immer weiter. Ja, gratulieren kann ich dir heute auch zu einem 2 zu 0 Erfolg gegen die U23 von Mainz 05. Und es war ein schönes Fußballspiel bei schönem, aber windigem Wetter heute. Wie hast du das Spiel so gesehen? Mir hat vor allem die zweite Halbzeit gefallen, da habt ihr schönen Offensivfußball nach vorn gespielt. Ja, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Erste Halbzeit war sehr schwierig für uns, weil es sehr, sehr windig war. Und wir dann auch das Problem gehabt haben, dass wir auf der Seite war, dass wir gegen den Wind gespielt haben. Und Mainz hat es ganz clever angestellt, die normalerweise bekannt sind für viel Kurzpass, für viel Ballbesitz. Sie haben viel Bälle, lange Bälle in die Tiefe gespielt, sie nachgeschoben, was dann nicht immer einfach zu verteidigen war. Aber die Jungs haben das eigentlich sehr, sehr gut gemacht, haben sehr wenig zugelassen. Der Elfmeter war für mich gar keiner, wie für die meisten Leute auch. Selbst der Mainzer Trainer hat gesagt, es war niemals Elfmeter. Von dem her, aber dann trotzdem, dass der Benni dann seine Elfmeter dann auch hält, war dann sehr wichtig in dieser Phase. Die zweite Halbzeit war sehr gut von uns. Wir dann den Wind im Rücken gehabt, haben das unheimlich abgezockt, unheimlich clever heute angespielt. Mit sehr guten Passagen drin, was spielerische Elemente an den Tag gelegt wurde. Das war heute einfach von der Mannschaft rundum eine super Leistung. Dass es jetzt nicht das absolut beste Fußballspiel war, ist dann halt, wie gesagt, durch die Bedienung ein Wind. Der Rase ist ja jetzt auch, was die Stadt aktuell da leistet, ist auch gut. Der ist jetzt aktuell noch nicht so gut, aber der wird gut. Trainingsrasen ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Und das sieht man dann auch, wenn die Platzbedienungen besser werden, spielt unsere Mannschaft mittlerweile ja auch ein sehr guter Fußball. Man kann sagen, die Plätze sind so langsam auf dem selben Niveau, weil die anderen werden auch immer schlechter. Das nähert sich alles, nivelliert sich ein bisschen, nähert sich alles ein bisschen an. Besonders aufgefallen ist mir dann in der zweiten Halbzeit, habt ihr einfach besser Fußball gespielt für mein Dafürhalten. Auch mit der Hereinahme von Dimitrijevic, denke ich, da war noch mehr Zug nach vorne im Spiel. Ja, ich habe es ja immer schon gesagt gehabt, das war halt auch ein großer Grund, der Wind, weil wir dann die zweite Halbzeit auf unserer Seite hatten. Und natürlich haben die Spieler, die dann eingewechselt wurden, ob es jetzt Timmy war oder Neo, und die anderen drei auch noch Felix, Eichy und Hecker, auch wenn das jetzt für Eichy und Hecker dann ein relativ kurzer Einsatz war. Die Mannschaft gibt immer alles und das ist das, was wir, mir oder uns als Trainer sehr wichtig ist. Und einfach dann alles zu zeigen, hoffen wir mal, dass wieder mehr Zuschauer jetzt demnächst dann reinkommen dürfen. Das war jetzt mal ein Anfang und dann einfach den Leuten auch zu zeigen, was verherzt diese Mannschaft hat. Das ist unglaublich sensationell. Das war jetzt der 39. Spieltag. 39 Spiele, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben immer noch drei Spiele. Was die Mannschaft Woche für Woche, Spieltag für Spieltag, wenn unter der Woche noch ein Spiel ist, leistet, das ist sensationell. Man muss auch dazu sagen, dass die Mannschaft ja vom Kampf lebt, vom Einsatz. Und das macht ja konditionell schon was, macht körperlich auch was. Da tut man irgendwie, mit der Leistung irgendwie zurückstecken, wird immer ein bisschen weniger. Aber wir waren konditionell voll auf der Höhe, kann man sagen. Da hat man keinen Unterschied gesehen. In Mainz war vielleicht rein technisch gesehen ein bisschen besser ausgebildet. Aber der Sieg war heute absolut verdient. Jetzt haben wir noch drei Spiele, zwei schwere Auswärtsspiele in Stuttgart beim VfB und in, wie sagt man immer so schön, in Balingen mit Haar. Das wird auch nicht leicht. Und das letzte wieder gegen Mainz, gegen die Glasfabrik, diesmal Schott Mainz. Da werden wir die Saison dann ausklingen lassen und hoffentlich auf Platz 16 mindestens stehen, dass wir auf dem Papier auch mal sagen können, wir sind nicht nur wegen Corona nicht abgestiegen. Ja, das ist klar das Ziel von uns, von der Mannschaft, vom ganzen Verein, dass wir diese sechs Mannschaften hinter uns lassen. Und man sieht ja auch Woche für Woche, was die Mannschaft so leistet, dass die das unbedingt will. Dass da mal zwischendrin, wie es jetzt geht, Waldorf war, nicht so ein gutes Spiel an diesem Tag. Das sind manchmal Phasen, das geht ja. Das geht dann einfach für diesen Substanzverlust, was die Mannschaft dann teils dann auch hat, nach denen viele englische Wochen. Aber das ist einfach so, dass die Mannschaft dann auch mal ein schlechtes Spiel machen darf. Und wir haben es ja vor zwei, drei Wochen schon mal drüber gehabt. Ich kann es an einer Hand abzählen, von denen viele Spiele, was nicht gut war, diese Runde. Und ich gucke der Bundesliga-Mannschaft da an, wie viele schlechte Spiele die teils dann machen. Und deswegen ist das bis dato eine super Runde. Wir wollen uns aber natürlich auch belohnen, auch wenn es um die goldene Ananas geht, dass wir diese sechs Mannschaften hinter uns lassen. Dann wünsche ich euch viel Glück für die beiden Auswärtsspiele, die schweren Auswärtsspiele. Und eine Bitte habe ich noch am Schluss. Lasst bitte, der verlässt uns, verlässt den Verein nach vielen Jahren. Lasst bitte gegen Schuttmains den Felix Bürger mal auflaufen. Schweinesuppe, 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 Schweinesuppe. Das ist unser Stolz der FKP. Ganz kalt, schon zart, die sind vom Horeb, los ist die Husch dahe.